Musik So, jetzt geht's erneut los. Ja, zweiter Versuch, ja. Ja, hier, drei, zwei, eins. Eine, zwei, ein. Oh, okay. Weiter Versuch, qua Canal, Battle zwischen Daniel und Alex. Nein, wer sind wir sprechen, hier? Oha, ich bin alle Ohren jetzt gar nicht berühmt. Oha, was die euch alle ohne 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 primär glacier? Oha, die nur Noob grateful, da sind die deutschenspecificなので. Ach ja. Nichts gegen Deutsche sagt Adelian. Zweit mal Rote könnt ihr aufstechen. Aufstechen. Guck dir Deutsch. Aufstechen. Nein. Oh, Double Hedgehog von Adelian. Können die Biete die Marken nicht gehören? Jetzt ins Gefecht, Mono, Türk. Natürlich wie dein Türker. Oh. Mit dem Türker. Aber wertlich. Wie immer. Oh. Warum machte die Bericht der Bekunden so offen sein? Egal. Nicht, dass die Bekunden sind. Dem Haus an der Seite. mehr mit Auer er hat man wohl die Händler war er hat erhoben im Dorn der Barriere und hat um auch mit der Schmerzen das Kabel Jürgen aktiviert auch so gut zu wissen er hat er da kommt er an der Kunde hallo von ab dem Kaffee Kaffee das ist von unten kommt wieder einer nein auf einer Elberstieg oder wie auch immer von unten kommt einer die Spawn-Shipping-Mechare ist richtig aber dann soll ich gleich werbung machen ja auch mit der Hörung 3-Way-Cola ist die beste die das denkt man so er machte Werbung für seinen YouTube-Kanal 3-Way-Cola m-Cola doch ich mach dann lieber Werbung für meinen YouTube-Account mit meinen neuen Abonnenten Prozent die Frische Arbeit Eintracht mit einem Geld L.A. nicht zufrieden ich bin doch schon nicht mehr Messer nicht ist schon klar aber auch der Probe jemanden und mann Alex wie weit bist du erhinten mit der ersten Stand Alex werkt mich ja läuft so ein bisschen drei die zwei die ab das lecker spielen wie sonst weiß ich nicht aber mehr auf was nicht in einer halben Stunde mit dem Weg wirken wenn ich nicht aber ich hätte keine Gegner wollen wir nicht nur die ganze Zeit raus Elton in der Welt ein Haus Aua So, bis mal so Wunder euch Entschuldigung, Alex Ah, ich sah da noch Danke, dass du da mal Licht zugrechnen hast Oh, er hat mich so geil Boah, wow Oh Und bei C Ja, Prüfer Alex, hier sind noch mal ein paar Westen Irgendwie die Ballistik Westen halten irgendwie viel zu viel aus, ey Ohne Ohne halte ich mehr aus Alex, da kommt einer von oben, ich kann hier nicht töten Pass auf, da kommen ganz viele Oh mein Gott, hier sind ja viele Ohne Ohne Die alle mit Shotgun, Achtung hinter uns, hinter uns Ah, nein, das hat mich geblockt, Mann Sorry, Mann Er hat mich auch getötet, hast du sehr, Alex? Scheiße Ach, abfussend, Mann Daniel ist am vor dir, sorry Bei 17 Null, Mann Junge, wo bin ich? Wo bist du? Eh, nicht wundert, dass ich jetzt kämpfe, aber irgendwie hab ich Angst Da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn Oh, wie ist Gott abgesammelt Oh, wie ist Gott abgesammelt Ich geh mal nach der unten, siehst du, dass da keiner spawnt Alex, lass mich vorlaufen, Alex Pass auf Okay, jetzt wollen die alle um Ich werde nach oben Nicht genau, aber nicht, ich will Ich will nicht, nein Scheiße, auf die Marken, egal Boah Ich brauche Munition Boah, Alter, jetzt auf einmal, jetzt hab ich einen Headshot gerade hinbekommen Das hat so lange gedauert die Gegner, die sterben bei mir das hinterher, die fallen dann hinterher so, okay, auf den Dorm, auf den Dorm, alle Ja, eine von Morphs, glaube ich Ja, eine von Morphs sterbe ich Oh, ich hab auch zu viele Mappen zu sammeln, bitte Guck mal, ich hab voll die gute Verbindung, ich weiß gar nicht warum Also ich mein Schlechte so Ja, Ironie meinte ich gerade, deshalb wundere ich mich so Das ist eine Ironie Nein, er mir ganz klar nie der wichtigste Gegner Bei mir ist der eine Gegner halb AFK hier immer Sieht aus, als würde ich mit dem abgesprochen haben, dass er mich, dass ich ihn immer killen darf Hast du doch, das ist jetzt Ey, zweites Player Das ist ja für mich auch schon so'n geilen Score Auf dem Glück stand ich hier auf der Mitte Oh, krass Oh, leck das, leck das, ich bin tot, oder? Ja, ne Ja, doch, ne Also halt, um auch mal eine Kill zu klauen Sieht nach Süßen Wo sind der hin, der hier und bei C, bei C war einer Er will nur für mich, was da Was ist das für eine Sprache, aber was? Wer war da? Keine Ahnung Da kommt rein und labert dahinter Oh Ja, zweites Stück untereinander Schluck Ab den Harten kann weiter Ey, die kommen unten aus dem Bunker und so Und von oben Ja, auf die Seite, ja Da einer hat im Gegner 10-4-0 Wow Ja Ich bin schon fast normal hier Ich bin schon fast normal hier Das ist etwas verkackter Verbindung Und außerdem habe ich keinen MW3-Sound Ohhhh 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 Alter, das sieht aus wie ein Hacker, wahrscheinlich wirklich Ich schieße raus, bum 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 und dann fällt der um Okay Hier, ich hab noch mal ein paar Ballistikwesten Fakt, wenn man das offensiver hier rein Will ich einmal messern jetzt, ne, will ich einmal messern, was ist? Ich messer dann, ne Joki, jung Ich hab, wann sich aussieht Nein Ehhhh Oh, Mann, 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 Mann Die, die, die sind schon zu 50, ne? Ey, sammeln immer keine Marken mehr ein Oh, Mann Du spielst sowieso schon auf Zeit herzuende Oh, Mann Ey, unten bei C spawnt wieder einer Ja, ich hab ihn Kid Marker, unten ist noch einer Kid Marker, unten ist noch einer ja ja, hat sich jetzt wohl die Schmiller-Mann Boah, das leckt Komm mal ein Gefühl, meine Füße 3 schmiert gleich ab, ne? Hallo Die kommen jetzt gleich bei C, kommt mal bitte her, kommt mal her, bei C und für, äh B und C Och man, 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 man Warte Wer kriegt jetzt Punkte für die Ballistik-Werste? Ich nicht Ah, mich hat einer Der Fizzling hat den letzten Kill und, ja, mal gucken, machen wir noch ne Runde? Machen wir noch ne Runde? Ja, noch ne Runde War ja Wunde Wieder 10 Minuten Ja So, hier Team Deathmatch-Time Egal Was ist? Ja, danke nochmal für die Supporter, die verlinken wir wahrscheinlich auch nochmal unten, falls wir den Youtube-Channel haben Und Ja Das war's denn, ne? Ein großes, großes Dankeschön, tschüssi, tschüssi, tschüssi Bis zum nächsten Kommentar Danke 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 Vielen Dank.